Fischer, kannst du das Auto nehmen, rechts von dir, auf der Straße, den Dacia, siehst du den? Der Typ rennt hier mitten auf dem Field, also könnte ich nicht so überfahren. Ich versuch das Haus zu holen hier, links. Mist, der Typ, der ist hier close bei mir, ich hoffe ich kriege direkt eine Waffe. Der andere ist vor mir da, den kriege ich nicht. Ich habe eine Waffe, ich kriege den. Der rennt hier direkt neben mir. Oh Gott, ich müsste ihn haben. Der rennt jetzt drüben, der hat ne Gabe hier. Einer hier im Haus. Geht am besten beide ins Haus bald Opa. Der mit dem Dacia kommt zu euch. Das ist ja Fischer, oder? Wow, hier ist ein UAZ. Jaja, der kommt zu euch, sag ich doch gerade. Aber als wenn es nicht so cool, den Buggy, der hinten steht. Der in dem Haus Opa, ist der tot, oder? Ne, 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 der lebt noch. Ich meine, der hat ne Knifte, pass auf. Nein, nein, nein. Opa, pass auf. Versteck dich. Versteck dich irgendwie. Oh, er hat, ich habe nichts mehr. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen, Leute. Ich habe auch nicht sehr. Nein, er hat mich einmal genockt. Ja, ich habe ihn. Sauber. Sauber. Oh, war das knapp. Ich habe keine Munition mehr. Habt ihr beide jetzt? Ja. Fischer, wo bist du? Okay. Ich, dann geht er gut los. Ähm, hier, ich habe einen First Aid gefunden. Das ist, glaube ich, der mal schnell. Wenn du damit durchfährst. Ja. Lächeln auch nicht, ne? Habt ihr einen Plan schon, wo wir hin sollen? Nö. Ne? Vom Open Field runter wäre schön. Dann mal gucken, ob hier bei Grün was ableuchtet. Ich denke mal schon. Grün ist aber blöd für uns zum Randfahren. Also sind wir im Nachteil, ne? Ja. Wir werden jetzt mit Sicherheit schon welche hocken, oder nicht? Ja, aber so wären wir bei dem Extended AR, äh, bei dem Extended zurück. Ne, das Extended SR lag da hinten. Echt? Ja. Ja. Hier sind welche drin? Hier zwei. Hier ist was? Im Haus auch? Dreierhaus oder so? Dreihaus ist was drin bei dir, Fischer. Warte, Fischer. Ich werde eine Nate oben rein. Wo sind die? Oh, die ist abgeprallt. Mist. Meine ist drin. Meine auch. Der ist oben drin, der ist oben. Oh. Shit. Oh Gott. Der steht am Balkon außen. Eine von rechts, glaube ich. Kann grad nichts machen. Da ist glaube ich noch einer Open Field. Ja. Ich seh ihn, ich seh ihn. Der kommt, die kommt, die kommt zu zweit. Die werden von hinten abgeschossen. Der hat die Nate verkackt. Ich kann euch leider gerade nicht helfen. Oh Mann ey. Er kommt zu mir und tötet mich. Der hockt am Anfang. An unserem UAZ. Er kommt. Sehr gut. An unserem UAZ. Ja, ich seh ihn. Da unten noch zwei. Bei den gelben Häusern. Kommen hoch. Hm. Nehmen wir unten irgendwelche Kämpfe oder was? Da sind noch zwei gekommen. Da sind noch zwei gekommen. Falls ich einfach stehe. Auf die Ecke hier ist eigentlich ganz okay. Bleib ich erstmal hier. Lass mich in Ruhe. Geht weg. Einer ist noch da. Jetzt habe ich den Gegnern geholfen, oder? Hm. Ich hätte eine Idee, aber. Der Feind deines Feindes ist sein Freund. Ja, ne? Du hast gerade deinen Freundeschuss. Ja, irgendwie schon. Jetzt die Frage, wo der Typ ist. Ich könnte auch hier rausspringen. Der ist bei dir drinnen, oder? Leute, was ist denn das für eine Camper-Posi? Wollte ich auch gerade fragen. Ja, die kenne ich. Die habe ich von Vengard auch schon gesehen. Das ist nur dieser eine spezielle Typ Häuser. Vielleicht hat er ihn auch gekillt, den Typen. Ich würde mal spontan Nein sagen. Ich meine, ich habe noch außer dir rumgecroucht gehört. Der ist doch, der hat doch gescoped. Der wäre doch viel offensiver rumglauben, wenn er eine Tür hätte. Oh, die Zone kommt. Will ich in die Zone? Ja, okay. Red nix. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Aber ich muss mir dir alles sagen, mein Gott. Weiter so. Vielen Dank für gute Unterhaltung. Ich gehe jetzt runter und versuche den zu killen, oder? Doch, der ist hier noch, ja. Aber wenn ich jetzt hier... Hier könnte ich. Nee, der ist hier nicht mehr. Loot! Ich habe Loot. Okay, ich bleibe jetzt einfach hier. Und hoffe, dass nichts passiert jetzt. Nichts Böses. Spoon, der alte Camper. Stimmt wohl. Oh, da unten. Da ist jemand. Oh, der... Was macht der denn? Töten! Durch den blassesten Hauch einer Ahnung, wo es herkam. Rache! Meine Gestorbenen. Von wegen gestorben, verkackt. Alle drei. Ich wäre jetzt eigentlich auch tot, hätte ich jetzt keine Pfanne. Ich habe es gar nicht gerafft, wo es herkam. Zauber. Geiler Spagat. Du bist nicht mehr in der Zone. Ja. Nein. Booste dich doch mal voll. Ach, jetzt noch nicht. Es sind ja nur noch fünf am Leben. Mit dir. Ja, das könnte ein Squad sein jetzt. Eins gegen vier. Hör ich Pech ab. Also... Für einen Streamer ist das doch kein Problem, oder? Wow. Du hattest doch auch einen Squad. Das beschwere ich dir jetzt nicht. Toll. Mein Squad ist schon tot. Warum? Weil du die Kills nicht gemacht hast. Da war gerade ein Kopf. Richtung... Genau da. Wo du jetzt hinguckst. Zwischen den Bäumen. Zwischen den Bäumen an der Kante dran. Also jetzt hier, oder was? Ja, genau. Da, wo du jetzt gerade rausguckst, ins Third Person um die Ecke. Richtung 300, oder Nordwest ungefähr? Ja, hier? Kannst du jetzt sagen? Ja, so ungefähr. Genau da. Jetzt genau Richtung... 285. Ist nach links gelaufen. Achso, da ist so eine Kante. Stimmt. Ah ja, ich seh ihn. Oder? Läuft er. Okay, ich muss... In 10 Sekunden geht's los, ne? Ja, ich seh schon. Hm. Da war einer. Hast du ihn gesehen? Ne, aber ich geh jetzt erstmal hier rechts weiter. Richtung Nordwesten. Hinter der Antenne von dir aus gesehen. Antenne rechts. Noch zwei. Tja, die sind irgendwo da bei den Häusern. Bin leider nicht in der Zone. Hast du eine Granate? Wird noch vorbei? Ich hab vier, ja. Ich hatte sogar noch eine Smoke, aber... Ist halt blöd, dann hören die das. Da. Links. Ah ja, ich hab ihn gesehen, ja. Ah, der hat natürlich richtig gute Deckung jetzt. Hat auch einen Ghillie, oder? Ich muss hier über die Häuser gehen im Nahkampf. Nichts machen. Komm nicht, hat er mich nicht gesehen. Ah, doch. Ich hab mich gesehen. Der Lump. Das Gute ist, die haben jetzt hier nur diese Hütte. Richts neben dir raus. Nein. To. An der Mauer? Bist nicht in der Zone. Ja, ich weiß. Ich weiß. Schreckt nur an, dass ich hier rauskomme. Einer war links hinten, ne? Nein. Der ist ausgenockt. So, Zone entscheidet, wer gewinnt. Okay, ich hab den Kill bekommen. Der ist hier drin. Der ist hier in der Mauer. Hi. Ich hab keinen Nate mehr. Nein. Geil. Ich hasse solche Kämpfe. Da an der Mauer. Stimmt. Na ein schönes Session. Schönes Session. Höhöhöhöhö. Guck. 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 Okay. Okay, mit ihm. Für ihn kommt die Zone R. Spannung. Ich muss auf die Zone hoffen. Das ist eine richtig blöde Situation hier. Ich kann nichts machen. Der hat auch Geduld. Aber er ist noch da. Oh, er bewegt sich. Versuche ihn nur ein bisschen abzuschrecken. Aber er hat sich hingelegt. Er kommt zum Fenster. Ja. Ne, er ist wieder hinten. Ist das eine Scheiße. Ja, das... Er kann halt auch nicht viel. Eigentlich kann er vorpushen. Im Kriechen. Oder er macht die ASE-Taktik. Sobald der erste Tick kommt, haut er sich einen First Aid rein. Oh, oh, puh. Das ist gut, wenn er da ist. Das ist gut für mich. Weil dann kann ich nach hinten pushen, sobald die Zone kommt. Wie lange braucht denn die noch? Jetzt komm ran, Zone. Ist mal genug jetzt mit Spannung. Ein paar Sekunden noch. Aber du bist ziemlich in der Mitte der Zone. Ja, das ist das Gute. Kann mir auch noch ein First Aid hauen. Also, ich könnte auch in die Toilette gehen und dann auf Safe spielen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Normalerweise bin ich doch der, der in meinem Klo hängt. Oh, da ist er. Okay. In der Mitte. Ist in der Mitte. Er ist tot. Ich hab gewonnen. Ich hab jetzt schon gewonnen. Ich hab jetzt schon gewonnen. Aber er kommt hier nirgends mal rein. Was sei denn? Ja, ich hab gewonnen. Ich mach in die Toilette. Ja, ja. Ja. Scheiße, der macht das auch. Oh, der macht's besser. Nein, macht er nicht. Ja, Mann. Oh mein Gott. Okay. Herausragende Teamleistung. Eifel Schicksale werden nicht berücksichtigt. Oh. Ich glaub's nicht. Oh, the jungle VIP. I reached the top and had to stop. And that's what's bothering me. wolves. Oh, da Sai. Ja, ich helde dich. Das kann sie perceptionen. Aber nein, wir hago.